Kirsten Heiberg war eine norwegische Sängerin und Schauspielerin. Sie war ein Uferstar und femme fatale des deutschen Films im Dritten Reich. Leben Kirsten Heiberg wuchs in einem künstlerisch orientierten, bürgerlichen Elternhaus auf. Nach dem Besuch von Schulen und Internaten in Lausanne, Dillon und Paris ging sie zum Studium nach Großbritannien, um in Oxford Englisch zu studieren. Nach dem Wunsch ihres Vaters sollte sie eine Ausbildung erhalten, damit sie sich ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen konnte. Anstatt in seiner Holzfabrik zu arbeiten, zog sie es vor, Schauspielerin zu werden. Da Norwegen zu dieser Zeit keine Schauspielerakademie hatte, fing Kirsten Heiberg an, mit anderen Schauspielern am Nationaltheatré in Oslo, zu lesen, was meint, den Beruf zu erlernen. Heiberg debütierte am 17. Dezember 1929 in Bergen am Theater dem Nationales Scene. Es folgten zahlreiche Engagements in Bergen und Oslo. 1937 ging sie nach Wien, um dort in der Revue-Operette Pampam am Theater an der Wien die Hauptrolle zu spielen. Ursprünglich sollte sie die Rolle von Sarah Leander in dem Stück Axel an der Himmelstür übernehmen, was sie jedoch ablehnte. In Wien lernte sie den Komponisten Franz Grote, der das Stück besuchte, kennen. Nach Ende ihres Engagements im Theater an der Wien ging sie im Dezember 1937 mit Grote nach Berlin. Das Paar heiratete am 30. Mai 1938 in Oslo. Grote war seit 1933 Mitglied der NSDAP. Nachdem sie bereits 1934 in ihrer norwegischen Heimat in Sündere i Somersol vor der Kamera gestanden hatte, folgten zwei weitere norwegische und dreischwedische Filme. 1938 stellte Grote sie Kurt Götz vor, der sie für die Rolle der Fifi in seinem Film Napoleon ist an allem Schuld engagierte. Ihr Auftritt mit dem Lied Warum hat der Napoleon? war der Beginn ihrer Film- und Schallplattenkarriere in Deutschland. Von der Ufer wurde sie zur «erotischen Botschafterin des hohen Nordens» aufgebaut. Ihre Rolle in dem Film Frauen für Golden Hill geriet zum Musterbeispiel des raffinierten Divenauftritts. Es folgten 1939 Alarm auf Station 3 mit Gustav Fröhlich und der singende Tor. Als rassige, femme fatale, trat sie in Abenteuer- und Spionagefilmen auf und sang sich als Chansoniere vor allem mit Filmliedern ihres Ehemanns Franz Grote in die Herzen der Zuschauer. Ihr dunkles Tengba und ihre erotische Ausstrahlung verliehen ihrem Vortrag einen besonderen Reiz. In den Propagandafilmen Achtung! Feind hört mit! Falschmünzer und die goldene Spinne riss sie als verführerischer »Engel noir«, die Männer ins Verderben. Vom 1. April 1939 an war sie Mitglied der Kameradschaft der Deutschen Künstler, einer Organisation, die für die Verbreitung nationalsozialistischer Kunst zuständig und vom »Reichsbühnenbildner« und SS-Mitglied Benno von Arendt gegründet worden war. Heiberg war auch in der Wehrmachtstruppenbetreuung sehr aktiv. Sie reiste, besonders im Jahr 1941 durch Deutschland und auch ins Ausland, um die Truppen zu unterhalten. Kirsten Heiberg war nie Parteimitglied. Nach dem Krieg behauptete Heiberg, dass sie sich geweigert hätte, in die Partei einzutreten, ihren Unmut über die Besetzung ihrer norwegischen Heimat geäußert und aus diesem Grund zwei Jahre Auftrittsverbot erhalten habe. Es konnten jedoch bisher keine Dokumente in deutschen oder norwegischen Archiven gefunden werden, die diese Behauptungen stützen. Vielmehr ist Heibergs Name von 1940 an, als sie Mitglied der Reichsfilmkammer wurde, bis 1945 auf den Lohnlisten der deutschen Filmindustrie zu finden. 1943 spielte sie Hauptrollen sowohl in dem Revuefilm Liebespremiere wie auch in Titanic. Nach ihrer Mitwirkung in Philharmonica hatte sie in Die Schwarze Robe und eines Tages ausdrucks starke Auftritte, verlor den Helden aber an die deutscher wirkenden Heldinnen Magda Schneider bzw. Lotte Koch. Ihr letzter Film Rätsel der Nacht war bei Ende des Zweiten Weltkriegs zwar abgedreht, aber noch ungeschnitten. Er wurde 1950 nur in Ost-Berlin aufgeführt. Im Februar 1945 reisten Kirsten Heiberg und Franz Grote zu Dreharbeiten nach Rathstadt in den Hohentauern in Österreich. Im Zuge des Zusammenbruchs reist das Paar im April über München nach Murnau, wo es den Einmarsch der Amerikaner am 29. April 1945 erlebt. Nach einem vermutlich bis Sommer 1946 gültigen Auftrittsverbot, währenddessen sie mit ihrem Mann und anderen Künstlern vor amerikanischen Truppen auftritt und durch die Westzonen tingelnd vor Publikum sinkt, kann sie aufgrund ihrer Entnazifizierung spätestens ab Herbst 1946 wieder offiziell auftreten und arbeiten. Ende 1946 Kriegsende arbeitete sie als Synchronsprecher in Tenningen bei Freiburg und lieh in der deutschen Fassung des Spielfilms Martin Rumacknack-Marlene Dietrich ihre Stimme. Im Jahr 1948 wirkte Heiberg in einer großen Revue in Hamburg mit. Nach dem Krieg drehte sie noch drei Filme in Deutschland. Amico, Hafenmelodie und Opfer des Herzen, Furioso. Nachdem ihre Ehe mit Franz Grote in die Brüche gegangen war, kehrte Heiberg 1951 in ihr Heimatland zurück, wurde dort aber wegen ihrer Rolle in Nazideutschland als Vaterlandsverräterin abgestempelt und bekam keine Filmangebote mehr. Sie erhielt jedoch eine Anstellung als Schauspielerin am Trondelaktiter in Trondheim, wo sie mit großem Erfolg eine Vielzahl von Rollen spielte, sowohl in modernen Komödien wie auch in klassischen Stücken von Shakespeare und Ibsen. 1960 zog sie nach Oslo, wo sie ihre Karriere fortsetzen wollte. Sie wurde dort jedoch boykottiert und erhielt von 1960 bis zu ihrem Tod 1976 insgesamt nur fünf kleinere Rollen. 1954 kehrte sie für ihren Auftritt in dem Film Bei dir war es immer so schön ein letztes Mal nach Deutschland zurück. Im Vorfeld war vertraglich vereinbart worden, dass dieser Film nicht in Norwegen gezeigt werden solle. Der Film kam aber schon ein paar Wochen nach der Deutschland-Premiere auch in norwegische Kinos. Kirsten Heiberg sang darin das Chanson So oder So ist das Leben, dessen letzten Worte brachten ihr bei ihren Landsleuten erneut eine negative Presse ein. Danach trat sie nur noch einmal vor die Kamera. 1966 spielte sie eine kleine Nebenrolle in der norwegischen Produktion Bruder Gabrielsen. Im Jahr 2008 wurde im Rahmen des Filmfestivals in Haukesund ein Theatermonolog über ihr Leben aufgeführt. 2014 publizierte der Autor Björn Erik Hansen mit Glamour for Goebbels eine Biografie über Kirsten Heiberg, die leider viele unbewiesene und falsche Behauptungen aneinanderreit. Im Juni 2019 gab es aus Anlass des 110. Geburtstags von Franz Grote in seinem ehemaligen Wohnort Bad Wiessee eine Veranstaltung mit Grotes Werken und Gesprächen mit Zeitzeugen und seinen Biografen, auf der auch das Leben und Wirken Heibergs beleuchtet wurde. Bad Wiessee